willkommen zurück zu dragon age origins im letzten part haben wir ja zum einen die sachen hergestellt die wir für die quest brauchen sprich wir haben die gifte hergestellt wir haben wundumschläge hergestellt und wir haben die fallen hergestellt und die haben wir dann auch anschließend den leuten gebracht und dann sind wir jetzt zur anschlagstafel des kantor bis beziehungsweise ersten kantor devins zurückgekehrt und haben gesagt dass die banditen erledigt sind und da haben wir erfahren dass weitere aufträge wohl da wären dann haben wir nachgeschaut und jawohl es waren noch zwei weitere aufträge zum einen sind wohl irgendwelche bären aggressiv zugange und hält die leute in angst angst und schrecken und das zweite war dass halt man nach einer frau suchen soll die höchstwahrscheinlich tot ist aber man sollte dann entweder den leichnam oder den irgendein andenken für von der mitbringen damit der sohn von ihr halt was von seiner mutter hat das werden wir dann auch gleich dann tun und ja und wir werden aber vorher noch uns hier den händler vorknüpfen sprich gucken was ob wir da alles haben und wir werden auch das ein oder andere wohl verkaufen können so ich nehme nicht an dass ihr etwas kaufen wollt vielleicht wenn du was für uns hast in ordnung aber kauft nicht alles auf nein so das werde ich auch nicht tun so das behalten wir alles hier das kann weg den können wir verkaufen die gifte können jetzt auch weg wir haben sie erledigt so verkaufen wir einen deutsch davon dann können wir auf jeden fall davon eins verkaufen das der kann weg der kann weg einmal stiefel können auch weg dann eine leder rösten kann weg dann gucken wir mal das sind alles geschenke die behalten wir alles das brauchen das brauchen wir auf jeden fall kann das weg das kann weg so ok dann gucken wir mal dann gehen wir mal mit ok rezept Duh. Nee, der hat weiter nichts für uns. Okay. Gut. Das war's. So, dann gucken wir jetzt kurz nochmal durchs Inventar. Damit das alles nicht mehr gelb umrandet ist, das was wir gekriegt haben. So, okay, das ist alles in Ordnung. Gut. Dann können wir jetzt uns um die zwei Aufgaben kümmern, die wir ja hier haben. Die infizierten Bären beseitigen und halt die Mutter des weisen Jungen. Finden. Gut. Das ist beides hier hinten, glaube ich. Müsste es sein. Jo, da haben wir schon mal eine Sache. So, äh, wir stellen wieder auf Halten. Weil das sind ein bisschen viele Wölfe nämlich. So. So, okay. Sonst klappt das immer. Okay. Dann kommen sie doch alle. Dann switchen wir um. So, dann gehen wir mal auf. So, dann kämpfst du mal hier, äh, irgendwo raus. Und hier kannst du den zwei Blocken schreiten. So, dann kannst du Alistair helfen. Dann helfen wir mal der Liana. So, der Bauer ist uns in den Litern. Ganz schön viel Blut. Ja, ganz schön viel Blut. Da hast du recht. Wie viele waren das jetzt? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Wölfe. Sonst klappt es immer, dass ich, äh, einen anpickse und dann so zwei, drei kommen. Und dann kann man dann durchaus die halt, äh, einzeln, äh, pullen. Aber diesmal hat es nicht geklappt. So, hier haben wir jetzt, äh, wie vermutet, äh, die, äh, Mutter des Waisenjungen. Naja, schade drum. Ich hätte sie gerne lebend gefunden, aber nein. Wird erledigt. Du hast die Leiche der Mutter des Jungen gefunden und ihr ihre Andenken an dich genommen. Schätze ich mal, stand da. Quest aktualisiert. Bring, äh, das Andenken zurück zur Kirche in Losering. Du hast den Leichnam von, äh, äh, Sarah, äh, der Mutter des Waisenjungen gefunden. Du hast ihr Andenken an dich genommen und solltest es nun so schnell wie möglich zurück zur Kirche in Losering bringen. Ja, das machen wir dann, äh, gleich, nachdem wir auch, äh, die zweite Aufgabe erfüllt haben. Aha, äh, da hocken ja schon die Bärlein, die Bärchen. Hallo, Schwarzwäer, kommt mal her. So. Ähm. Wann gehen wir denn, gehen wir auf die Loser? So, dann hau mal, äh, so in die Ruhe. So, das war der Bär. So. Das war dann die zweite Aufgabe. Gut. Äh, kehre zum Kantor zurück. Die verderbten Bären sind tot und stellen keine Gefahr mehr dar. Du solltest zum Kantor zurückkehren und dir eine Belohnung abholen. Äh, deine Belohnung. So, äh, ja, da haben wir dann auch die Aufgabe erfüllt. Sehr schön. Ähm. Da hatten wir auch alles geholt. Die hatten auch nichts weiteres hier. So. Hier hatten wir ja auch alles geholt gehabt. Sehr schön. Ich laufe immer gerne nochmal ein bisschen ab. Nicht, dass man doch irgendwo was, äh, übersehen hat. Weil, ja, man kann halt ab einem bestimmten Zeitpunkt hier Lotharing nicht mehr betreten. Also sollte man wirklich, äh, wenn man einmal hier ist, wirklich gerade dieses Örtchen komplett, äh, absuchen, damit man wirklich nichts, äh, vergisst. Äh, äh, es ist nicht weiter schlimm, wenn man nicht alles erledigt hat. Aber, wenn man wirklich alle Quests haben möchte. Hier liegt noch immer das Huhn anscheinend begraben. So. Gut, ja, wir haben hier alles. Gut. Gucken wir noch einmal hier, äh, in die Tavern rein. So, aber mit denen hatten wir ja alle gesprochen. Hier wird auch nichts Neues, schätze ich mal. Hier oben ist auch nichts zu finden. Na, lasst mich mal durch, Leute. Oh, nee, lasst mich durch. So, okay. Und hier hatten wir auch weiter nichts. Wunderbar. So, dann raus. Mein Nachbar hat gestern die Stadt verlassen. Ich überlege, ob ich nicht auch fliehen soll. Wohin denn? Außerdem ist diese dunkle Brut bestimmt bald erledigt. Wirst schon sehen. Tja, das werden wir sehen. So, dann gucken wir jetzt, bevor wir die zwei Quests abgeben, gucken wir auch noch kurz noch einmal in die, äh, Kirsche rein. So, da sind auch nur Flüchtlinge. Gut. So, jetzt quatschen bestimmt wieder ein paar miteinander. Passt auf, wo ihr hinstarrt, Alistair. Gut, aber keine Sorge. Es ist nicht so, wie ihr denkt. Aha. Ich habe mir eure Nase angesehen. Und was fasziniert euch so an meiner Nase? Mir fiel gerade auf, dass ihr die gleiche Nase habt wie eure Mutter. Oh, wie ich euch hasse. Was? Schon gut. Das mag sie wohl nicht, wenn man sie mit ihrer Mutter vergleicht. Aber es ist nun mal so, dass man halt bestimmte Züge seiner Eltern nun mal vererbt bekommt, ob man will oder nicht. Da kann man halt nichts machen. So ist halt nun mal die Genetik, ne? Wenn ihr Zuflucht sucht, muss ich euch leider mitteilen, dass in der Kirche kein Platz mehr ist. Habt ihr geschlossen? Wir weisen niemanden ab, aber wir haben einfach keine Schlafplätze mehr. Ihr findet Priester im Inneren, falls ihr dem Erbauer huldigen möchtet. Möge er uns alle beschützen. Okay, lebe gut. Der Erbauer möge euch beschützen. Aha. Ja. Okay. Nicht weiter. Der Erbauer möge euch beschützen. Ja. Okay. Dann hatten wir diese Option auch noch. Gut. So, einmal schnell gucken. Seid gegrüßt, grauer Wächter. Was kann ich für euch tun? Okay. Sollte gehen. Er hat nichts weg. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Äh, aktiviert. Äh, aktiviert. Nee. Seid gegrüßt und willkommen in der Kirche. Ja, dankeschön. So, okay. Nee. Ah, okay. Dann können wir hier schon wieder raus. Dann geben wir jetzt dem Kantor die Quests ab. Wird erledigt. Und dann haben wir, glaube ich, auch Lösering, müssen wir dann quasi abgeschlossen haben. So. Lasst ihn euch erkennen und sein Licht auf euch werfen, denn ihr habt heute sein Werk vollbracht. Und die Sterne standen still, die Winde beruhigten sich und alle Tiere der Erde und des Himmels hielten den Atem an. Alles verstummte im Gebet und in Dankbarkeit. So. Das war die eine Quest. Äh. So, hast du noch was zu sagen? Und Andraste kam zu ihnen und sprach. Möge die Gefahr noch so groß und der Berg noch so hoch sein, verliert nicht euren Glauben. Denn der Erbauer lauscht uns und lächelt uns zu. Jo, wir können ja auch einmal nochmal hier drauf drücken, aber... Und betrachtet es als erledigt. Ja. Es ist nichts weiter zu er... Äh. Zu erledigen. Sprich, wir haben hier wirklich alles, ähm... Erledigt, was wir hier zu erledigen hatten. Du sagst auch nichts weiteres. Ich halte hier nur Wache. Ja, du hältst hier weiterhin nur Artig Wache. Ich weiß. So, hier hatten wir auch alles geräumt gehabt. Ja, hier sind... ...nur noch Flüchtlinge. Du hast auch nichts weiteres. Ja? Was ist denn noch? Ich habe einige Fragen. Ich kann nicht versprechen, dass ich sie beantworten werde. Äh. Äh. Okay. Äh. Okay. Lasst euch von mir nicht aufhalten. Keine weiteren Optionen. Gut. Händler brauchen wir jetzt auch nicht weiter, wirklich. Warum sagt ihr immer wieder, dass ich dumm sei? Das stimmt doch gar nicht, oder? Na, wenn ihr das schon jemand fragen müsst. Es verletzt nämlich meine männlichen Gefühle, wisst ihr? Also, das eine, das ich habe. Dann werde ich mich schriftlich bei euch entschuldigen, sobald das alles hier vorüber ist. Ich wurde von der Kirche erzogen und habe Geschichte studiert. Es gibt keine dummen Templer. Dann muss ich mich geirrt haben. Ich bin tief beeindruckt. Seid ihr nicht. Ihr hört mir nicht mal zu. Ihr seid ja doch klüger, als ihr ausseht. Eure Kirche ist sicher sehr stolz auf euch. Ja, es gibt halt im Spiel immer wieder bestimmte Stellen, äh, wo solche Quests, äh, solche Gespräche, äh, angestoßen werden. Das ist hier halt immer diese Brücke, also sprich, wenn wir darüber laufen, äh, kann ein Gespräch halt, äh, aktiviert werden. Und so ist es auch in anderen Gebieten, äh, wenn man eine bestimmte Stelle passiert, äh, ja, da fangen die Begleiter an zu quatschen. So kann man auch, wenn man das, äh, immer wieder macht, äh, gucken, was die halt alles so zu bequatschen haben. So, für den Hund haben wir auch alles, äh, seinen, äh, Markierbaum hatten wir ja. So, die Bären sind weg, nur die Armefrau liegt hier noch. Gut, dann hätten wir Lotharing erledigt. So, hier hinter war auch nichts mehr, ne? Nee, gut. Sind hier noch, nee, Bodan und Sendel sind weg. Die haben ihr Hab und Gut zusammengerafft. So, dann laufen wir noch einmal. Das hätte ich vorhin machen können. Aber ich will noch auf der anderen Seite der Brücke gucken, ob da alles weg ist. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir manche Sachen, äh, unbedingt brauchen, die so in Kisten und Truhen und, äh, Gerümpel drin ist. Aber es bringt halt uns immer eine Kleinigkeit an, äh, Geld ein. Und das können wir halt sehr gut gebrauchen. So, aber, ne, wir haben nichts übersehen. Die sind alle deaktiviert. Ähm, da ist nur noch Huhn. Hier ist auch weiter nichts. So, dann können wir wirklich jetzt zum Ende der anderen Brücke wieder laufen. Die haben wohl alles jetzt erst mal, äh, äh, wohl bequatscht. Manchmal muss man auch einfach kurz woanders reingehen, damit das wieder, äh, läuft, so Gespräche. Also, äh, man muss halt in ein anderes Gebiet rein, äh, damit wieder neu die Option kommt, dass die quatschen. So, so, und im nächsten Part werden wir dann hier, äh, weiterziehen. Wir lassen also Lotharing im nächsten Part hinter uns. Ähm, und gucken, wo wir dann als nächstes hingehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und schön, dass du dabei warst. Schön wär's, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest, wenn wir halt dann weiterziehen. Also, bis dennne dann. Tschüss. Tschüss.